Was sagst du zu den Ereignissen der letzten Tage? Das sind ziemlich turbulente Zeiten im Moment hier im Landtag. Und es ist so, dass zu diesem Sittengemälde von Rüttgers und seiner CDU-FDP-Koalition im Moment ein weiterer Baustein dazugekommen ist, dass nämlich im Raum steht, dass der Ministerpräsident als Amtsträger käuflich ist, dahingehend, dass besondere Termine, Gespräche mit ihm dann dazu führen, dass die CDU höhere Spendeneinnahmen hat. Das ist ein Sittengemälde. Da gibt es noch andere Beispiele. Die Beschimpfung des Verfassungsgerichts durch Ingo Wolf, den FDP-Minister, die Beschimpfung des Landesrechnungshofs durch den Finanzminister, weil der CDU, Herr Linsen, weil der kritische Kommentare zu der Landessituation, der Kassensituation des Landes gibt. Also das ist wieder ein weiterer Baustein in diesem Sittengemälde. Glaubst du denn, dass Jürgen Rüttgers von den Machenschaften, die ja schon über Jahre gehen sollen, nichts gewusst hat? Er hat das gesagt, als erste Reaktion, auch schriftlich erklärt und diese Briefe gestoppt. Und dann gilt ja erst mal die Unschuldsvermutung auch für uns Grüne. Aber ich habe da doch so meine Zweifel. Weil wenn das schon einige Jahre lang Praxis bei der CDU war, dann muss der ja wie so eine Art Blindenhund durch diese Stände geführt worden sein. Und da spricht er länger und da gibt es ein Foto und da geht er vielleicht einfach nur weiter. Weil diese Stände ja offensichtlich unterschiedlich viel gekostet haben, je nachdem, wie lange sich der Ministerpräsident und ob er sich da aufgehalten hat. Also das widerspricht eigentlich so der Lebenserfahrung. Dass man normalerweise, wenn man so einen Terminwust hat, dass man genau weiß, wie schnell und wie langsam geht man da wieder weiter. Also das ist schon ein bisschen unglaubwürdig und das wollen wir genauer wissen. Wir Grüne haben ja angerichtet, dass es im Parlament im Hauptausschuss zur Debatte kommt am kommenden Donnerstag. Das ist jetzt auch so. Und wir haben die Frage gestellt an die Staatskanzlei. Kann sie wirklich ausschließen, dass es solche Bezahltermine mit Jürgen Rüttgers als Ministerpräsident gegeben hat? Das ist die Kernfrage der politischen Debatte. Jetzt ist das ja anscheinend in den großen Volksparteien gang und gäbe. Die SPD hat Anzeigen in der Vorwärts verkauft und die Kunden dann zu persönlichen Kamingesprächen eingeladen. Was denkst du denn über diese Praxis? Das ist nochmal was anderes, wenn man jemanden nochmal besonders belohnen will, der sich der Partei gegenüber sehr erkenntlich gezeigt hat. Aber es hat auch ein Geschmäckle. Es ist sicher auch nicht günstig. Und mich wundert auch ein bisschen, dass die SPD da jeden Tag eine Rücktrittsforderung nach der nächsten stellt. Ich finde, die Wählerinnen und Wähler haben ja zeitnah jetzt die Gelegenheit zum Ausdruck zu bringen, welcher Partei sie am meisten vertrauen, was politische Transparenz und die politische Kultur in Nordrhein-Westfalen angeht. Und deswegen denke ich mal, wer das tut, wenn es auch an der Grauzone ist, der wird dann auch die Quittung am 9. Mai dafür bekommen. Das gilt natürlich besonders für die CDU und die FDP. Das gilt für die FDP.